Der Flipcam Talk hat heute Besuch von Konstantin Ristl, ehemals TU Darmstadt. Er hat zusammen mit Michael Witzke das Startup HowPod gegründet. Herr Ristl, im Web grassieren bereits zig Erklärfilme. Was unterscheidet Sie von Anbietern wie Simple Show oder Explain It? Sie sagen das schon genau richtig. Es gibt schon einige Anbieter, die sehr gute Erklärfilme machen können. Simple Show und Explain It sind da sehr gute Beispiele. Aber wir grenzen uns da etwas ab, weil wir eben nicht alleine Erklärfilme machen, sondern wir machen Schulung. Und wir haben dafür ein Element entwickelt oder eben etabliert, was wir Blink nennen. Und dabei geht es darum, dass man eben in einem kurzen Film nicht nur erklärt, sondern am Ende auch eine Handlungsaufforderung, eine kleine Anweisung gibt, was Sie jetzt machen könnten, um noch besser zu werden in dem, was Sie machen wollen. Und das unterscheidet uns. Lässt sich durch Bewegtbild-Einsatz tatsächlich das Lernergebnis oder die Motivation verbessern? Oder geht es nur darum, attraktive, trendige Medien einzusetzen? Also tatsächlich ist Bewegtbild ja auch gar nicht so sehr im Trend, wie man das glaubt. Also es ist schon im Trend, aber es existiert schon sehr lange. Früher gab es das mal auf so Videokassetten oder DVDs. Und was wir jetzt eben schaffen, ist das neue Medium Internet so damit zu verbinden, dass man eben viele neue Sachen schaffen kann. Durch diese kurzen Videos kann man wirklich den Lernerfolg auch messbar steigern und den Leuten etwas vermitteln, was sie jetzt tun können. Sind Learning Videos überhaupt für alle Zielgruppen geeignet? Also welche Medienkompetenz benötige ich denn, um von Ihren Angeboten profitieren zu können? Also erstmal auf die zweite Frage zu antworten. Medienkompetenz braucht man eigentlich kaum. Man kann, wenn man YouTube benutzen kann, auch unsere Videos oder eben auch Grafiken und Quizze direkt benutzen. Und von den Zielgruppen hängt es natürlich davon ab, wen man jetzt ansprechen möchte. Also generell kann ich jede Zielgruppe damit erreichen. Jetzt ist eben die Frage, will ich eine Fähigkeit lernen? Dann würde ich eben die Blinks so aufbauen, dass ich eben immer stärkere Handlungsanweisungen gebe und einen Zeitraum, bis dann solltest du hier das gemacht haben. Oder ob ich was erkläre, zum Beispiel einem Schüler, wie Rechenaufgaben funktionieren, dann würde ich eine andere Form von Erklärform wählen. Insofern, es geht, aber differenziert. Noch eine Frage, Stichwort Mobile Use. Wie verändert der Siegeszug mobiler Endgeräte den Erzählgestus von Lernvideos und Erklärfilmen? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch uns das beeinflusst. Die Leute wollen mit ihren mobilen Endgeräten, die jetzt auch zum Glück überall vorhanden sind, einfach schneller etwas erfahren, als das früher der Fall war. Früher hätte man vielleicht eine Videokassette genommen, 20 Minuten sich etwas angeguckt. Jetzt will ich schon nach 5 Minuten meinen Erfolg haben. Denn auch den Fokus habe ich meistens nicht länger. Sie können sich das vielleicht vorstellen, wenn Sie mal auf eine Bahn warten und die hat 5 Minuten Verspätung. Dann können Sie jetzt Ihr mobiles Endgerät rausholen, egal ob Tablet, Telefon oder eben Notebook und haben sofort in 5 Minuten was gelernt, was Sie gleich im Zug anwenden können. Zum Beispiel, wie guckt der Gegenüber mich an? Was sagt das für wen aus? Oder wie könnte ich ein Gespräch mit ihm empfehlen? Okay, wir schauen es uns an. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.